Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Ja, heute erstmal wieder ein kleines Update aus meinem Stall, aber wirklich nur ein klitzeklitzeklitzekleines Update, weil ich habe nicht viel zu zeigen. Ich habe tatsächlich nur zwei Hengste, die ich euch zeigen kann, nicht ein einziges Fohlen, was daran liegt, dass ich wirklich eine Zeit lang gar nicht züchten konnte, weil ich einfach mehr Pferde als Boxen hatte. Wer kennt es nicht? Und ja, deswegen werden wir heute quasi dafür sorgen, dass wir wieder Fohlen bekommen. Ich habe mich dafür wieder mal ein bisschen durch eure Stelle durchgeschlichen, bin wie ihr seht bei einigen fündig geworden, bei anderen nicht. Ist aber nicht schlimm, ihr Lieben, ich komme immer mal wieder. Irgendwann finde ich bestimmt den passenden Hengst bei euch. Und es gab aber auch Stelle, wo ich zwei Hengste gefunden habe, wo ich aber dann ja ein andermal mit einer entsprechenden Stute wiederkommen würde. Also wo ich dann gerade die Stute, die ich da nehmen würde, ja, leider schon verpaart habe und von daher, ne, auch da, ich komme nochmal wieder. Ja, ich stelle euch aber erstmal die zwei Hengste vor, die bei mir erwachsen geworden sind. Das hier ist Rajak, der macht heute den Anfang der Hübsche, ein kleiner Kamark-Hengst. 5 Very Good Hutter, 40 Mal Day Champion schon, ne, also macht sich der Hübsche. GP 562 und, ja, ein Groß-E, ein Groß-A und, ja, wenn ihr mögt, ne, der Hübsche würde sich sehr über Damenbesuch freuen. Genauso wie Rodan, ein weiterer Kamark-Hengst, ein schicker Rappe, 586 GP hat der Hübsche. Richtig schicker Kerl geworden und 4 Very Good. Auch er ist immerhin schon 19 Mal Day Champion geworden, also, ne, ich kann mich nicht beschweren. Meine Kamarks, ja, geben alles, aber so wirklich. Ja, auch er würde sich natürlich über Damenbesuch freuen, also, ihr Lieben, keine Scheu, einfach vorbeikommen und, ihr wisst Bescheid, ne, Kaffeemaschine steht im Reiterstübchen bereit, also, zugreifen. Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen bei euch wieder in den Stellen unterwegs und ich würde sagen, wir schauen mal, was ich da so alles Schickes gefunden habe. Und zwar fangen wir bei Deimos Rich an und da soll's er hier werden. Ein schicker Oldenburger Hengst mit einem GP von sage und schreibe 691, Cream. Richtig schicker Kerl und, äh, den hübschen Mann würde ich gerne mit seinen übrigens 4 Very Good, ne, die hätte ich ja jetzt fast unterschlagen, würde ich ganz gerne mit ihr hier verpaaren, mit Classic of Mirror. Mal schauen, was daraus wird, bin sehr gespannt. Ja, gut, wir zahlen die 30.000. Und, zack, damit haben wir die erste Stute auch schon gedeckt. Ganz lieben Dank, Deimos Rich, ne, ich, äh, komm bestimmt noch mal wieder demnächst, zwinker. Ja, schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Dann haben wir hier bei der Greta Lucy, den schicken Hengst hier. Gone Be Secret, ein richtig schöner Champagne-Silver-Hengst mit Pearl, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, Pearl hat da auch 643 GP, ja, und 10, very good, 10. Ja, der muss sein, da komme ich nicht drum rum. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, mit welcher Stute wollte ich ihn denn verpaaren. Moment. Äh, da, 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 wo ist es, wo ist es, wo ist es? Jetzt finde ich es doch nicht wieder, doch da, jetzt habe ich es. Habe ich mir schon extra eine Liste gemacht, ne? So, 6.500, Bullies Fireworks soll es sein. Ach, very good, 656, das sollte soweit passen, hoffe ich. Ja, und dann hoffe ich noch mehr, dass da ein richtig schickes Fohlen bei rumkommt. Na, mal abwarten, Daumen drücken, liebe Greta, ne, auf dass da was Schönes rauskommen möge und auch dir ganz, ganz lieben Dank, ne, auch wir sehen uns ganz bestimmt wieder, gar keine Frage. Dann würde ich gerne von Horse Stephanie ihn hier zum Decken nutzen. In Fire heißt der hübsche Kerl. Richtig schöner Fuchs, meine eine mag Füchse. Oh, Wunder, ein neues Geheimnis. 9 very good, GP 649 und, äh, ja, der soll es sein und zwar für Catch a Zoomer's Dream. Wo ist sie? Da ist sie. 9 very good, 649, ne, also GP technisch 1 zu 1 dasselbe, ja, und beide 9 very good. Und, ja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Mal sehen. Daumen drücken, nicht vergessen, ne, Stephanie, 10.000 gehen an dich, ganz, ganz lieben Dank. Auch hier schaue ich definitiv mal wieder vorbei, ne. Ich besuche euch ja alle regelmäßig immer mal wieder. Ihr kriegt es nun nicht immer mit. Ich schleiche mich immer so durch. Ja, gut, damit hätten wir die Stute auch gedeckt. Dann, äh, ja. Ja, ihr seht richtig, das ist ein Trakena. Ja, ja, und zwar würde ich mit ihm gerne eine meiner Stuten decken, obwohl ich die Trakena ja nicht mehr züchte. In dem Sinne aber, ich habe schicke Liverstuten und die kommen jetzt so langsam in ein gewisses Alter und ich würde mir die Farbe ganz gerne bewahren. Deswegen soll es der schicke Liverhengst hier sein. Go Feeder. Richtig hübscher Kerl. Feel very good hat er. 737 GP. Rowan. Ja, ganz offensichtlich. Und, ja, den würde ich ganz gerne mit Anima verpaaren. Auch sie ist ein Rowan-Stütchen, sogar mit Double Splashed White. 703 GP, 12. Gut. Und da dachte ich mir, das sollte doch GP-technisch auch ganz gut passen. Wie gesagt, da geht es mir auch mehr um die Farbe, ne? Also ich möchte ganz gerne diese Farbe erhalten und, ja. Von daher. 17.500 gehen an dich, liebe Joy. Ne? Joys Pferdewelt auch gerne mal vorbeischauen. Und, zack. Auch dir ganz, ganz lieben Dank. Ne? Auch bei dir schaue ich natürlich nochmal wieder vorbei. Ganz, ganz sicher sogar. Und, ja. Dann gehen wir zu Strawberry. Die hat nämlich einen schicken Ravicano-Hengst mit W19. Einen schicken Rappen. 642 GP hat der gute. Und, ja. Und, ja. Ansonsten hat er Ravicano und 12. Gut. Und den würde ich ganz gerne mit Aschari verpaaren. 4 Very Good. 667 GP. Ja. Ja. Möge ein weiterer schwarzer Ravicano dabei rauskommen. Nur vielleicht bitte gerne mit dem W19. Ne? Hätte ich jetzt so gar nichts gegen. Ja. 2000 gehen an dich, liebe Strawberry. Auch dir ganz lieben Dank. Auch wir sehen uns bestimmt mal wieder. Bei Gelegenheit. Und dann gehen wir als nächstes zu Vanitas. Ja. Auch da habe ich wieder was gefunden. Ich glaube sogar mit ihm habe ich schon mal gedeckt gehabt. Kann das sein? Also der Name kam mir durchaus bekannt vor. Ich glaube da sind sogar Fohlen unterwegs. 10 Very Good hat der hübsche. 658 GP. Silver. Pearl. Pearl hat er auch drin. Und Splashed White. Richtig schicker Kerl. Und der soll es sein für Sweet Child O' Mine habe ich mir aufgeschrieben. Das ist sie hier. Splashed White. 7 Very Good. 651 GP. Er hatte 658. Ja. Schauen wir mal was da rauskommt. Bin sehr gespannt. Also ein Fohlen wird es auf jeden Fall. Ne? Denke ich mal. Es sei denn natürlich, sie nimmt jetzt nicht auf. Das könnte natürlich sein. Wollen wir aber nicht hoffen. Ja. Und zack. Dann lassen wir auch euch beide erstmal alleine. Und ich danke dir liebe Vanitas. Auch bei dir komme ich immer mal vorbei. Und dann gehen wir zu Yuki. Die Yuki hat nämlich hier auch einen wunderschönen Quarter Hengst. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich den eigentlich schon mal gesehen habe. Der Baloo. Ne? Also er kommt mir nicht wirklich bekannt vor. Aber nichtsdestotrotz muss er jetzt ran. So. 637 GP hat er. Dann Silver Double Splashed White. Wunderschöner Kerl. Und ja. 10. Very Good. Mhm. Die Dava dann jetzt mal bitte vererben. Bitte danke. Wen wollte ich denn mit ihm verpaaren? Mal gucken. Was sagt denn mein schlauer Zettel? Natural High soll's sein. Sie hier. Müsste also nach Adam Riese, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, wieder ein Double Splashed White bei rauskommen? Na? Möge er sich GP-technisch an ihr orientieren? Wieso eigentlich er? Woher weiß ich denn jetzt, dass das ein Hengst wird? Oh. Edith das Orakel. Mal gucken, ob da ein Hengst bei rauskommt. Wir werden's sehen. So. Dann 15.000 an dich, liebe Yuki. Zack. Ne? Ich komm dann demnächst nochmal auf ein Käffchen vorbei. Weißt du Bescheid? Ne? Bisschen Kaffee-Klatsch. Steht übrigens zum Verkauf, ihr Lieben, seh ich gerade. Ne? Also wer Interesse hat. Schnell mal bei der Yuki vorbeischauen. Hübscher Kerl. Und ja, dann gehen wir als nächstes zu Blaubeerdrache. Ja, da hab ich ihn hier gefunden. Einen wunderschönen Finn-Hengst. Sieben Very Good hat er. 625 GP Splashed White. Hübsches Kerlchen. Und ja, wie gesagt. Sieben Very Good. Oh. Der soll's sein für meine Ayala. Und da würde ich jetzt die 50 DP nehmen. Ne? Also die 50 K ist er definitiv wert, finde ich. Mit 7 Very Good und 625 GP. Ja, finde ich schon. Aber bei mir sind die Finnen halt nur eine sehr kleine Nebenzucht. Und von daher, ja. Nehme ich da die 50 DP. Und auch die zwei lassen wir mal ein bisschen alleine auf die Weide. Ne? Nicht stören. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommt. Und danke auch dir schon mal, Blaubeerdrache. Ne? Auch da schaue ich natürlich nochmal wieder vorbei. Man muss ja auf dem Laufenden bleiben. Was die Community so für tolle Hengste zu bieten hat. Ja, und dann sind wir bei Dani. Hallo Dani. Du wirst mich auch nicht mehr los. Auch bei dir bin ich regelmäßig unterwegs. Ja, den Schicken hier habe ich gefunden. Hot Summer Rabicano mit 6 Very Good und ein GP von 680. Mhm. Oh ja. Der wird's werden. Und zwar für... Jetzt muss ich nochmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Alte Frau ist vergesslich. Ähm. Shadow Angel. Okay. Dabei sollte man meinen, dass ich das noch weiß. Ich habe das gestern erst aufgeschrieben. Naja. So, 5000, liebe Dani, sollst du haben. Und dann gehen wir zwei in der Zeit mal ein Käffchen trinken. Ne? Ein bisschen plauschen. Und äh, ja. Ich glaube... Ich bin hier noch gar nicht fertig. Ne. Bei der Dani habe ich zwei Hengste gefunden. Warte mal. Genau, Silver Crest. Mit dem wollte ich nochmal decken. Da habe ich nämlich schon zwei schöne Fohlen von bekommen. Der soll's dann auch nochmal sein. 637 GP. Silver Splashed White. Und 9 Very Good hat der Hübsche. Und der soll's noch sein für Foolish Heart. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. 7 Very Good. 661 Rappstötchen. Na, was da wohl rauskommt? Vielleicht nochmal ein Rappe mit Silber. Na, wer weiß. Ja. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Auch die beiden lassen wir nochmal kurz alleine. Ja. Und dann würde ich sagen, liebe Dani, verabschiede ich mich. Ich muss da mal weiter. Aber man sieht sich bald wieder. Bestimmt. Gut. Dann geht's weiter zu meinem Nachbarn auf dem Rückweg sozusagen. Da würde ich nämlich ganz gerne mit ihm hier decken. Mit Socke. Finde ich sehr, sehr hübsch den Namen. Ne. Hier. Er hat auch noch alle vier. Ne. Hat noch keinen Strumpf verloren. GP hat er 663. Ja. Ein schicker Rappe, wie gesagt. Sonst nix. Und dann haben wir hier acht Very Good. Und den würde ich ganz gerne mit You Got Me Runnin'. Wo haben wir sie? Irgendwo im Hänger müsste sie sein. Da. Da ist sie. Ja. Sie soll's sein. Beide acht Very Good. Mit 679 GP, er 663. Mal gucken, was sie draus machen. Bin sehr, sehr gespannt. Ja. Heidi. Ich denke mal auch, wir trinken noch schnell eine Tasse Kaffee, oder? Oder auch sogar zwei, glaube ich. Ich habe zwei Stuten dabei. Und zack. Damit darf Socke dann, ne, weitermachen, was er vorher gemacht hat. Was auch immer das war. Und dann gehen wir weiter zu Catch the Devil. Wunderschöner Hengst. Was hat er? 631 GP. Champagne splashed white. Das ist wirklich nur Champagne. Oh, okay. Ich hätte jetzt vermutet, dass da vielleicht noch... Naja. Nurischer Bane. Und Elf Very Good. Ja, er soll auch noch ran. Da finde ich den Papa ja auch mega hübsch hier. Der ist richtig hübsch. So, er soll es sein für... Jetzt muss ich nochmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Running Dream. Da ist sie. OLW splashed white. Mit ganz, 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 ganz viel Glück kommt vielleicht ein Double splashed white bei raus. Hätte ich da jetzt auch nichts gegen. Jut, jut. Ich würde sagen, auch das passt soweit. Es sei denn, die alte blinde Tante hat wieder irgendwas übersehen. Und ja, das kommt vor. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich erst... Ja, Großmutter mit Enkeln verpaart. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Naja, kann passieren. Kann passieren. So, 13.000, lieber Heidi. Für den schicken Mann gehen an dich. Ja, und da bin ich immer gespannt, was da so bei rauskommt. Hoffentlich was Schönes. Hoffentlich was Schönes. Ja, ihr Lieben, damit sind soweit auch alle Stuten gedeckt, die ich decken wollte. Ich denke, die Folge ist heute nicht ganz so lang. Aber naja, wie gesagt, leider habe ich nicht so viel zu zeigen. Fohlen kommen jetzt erst die nächsten Tage. Ich war ja schon mal züchten. Und ja, bis dahin würde ich sagen, verabschiede ich mich dann hier aus dem Stall von Heidi. Heidi und ich trinken noch schnell einen Kaffee und dann fahre ich wieder nach Hause. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, dann freue ich mich. Und ich würde mich übrigens auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mal bei meinen Freunden und Zuchtpartnern vorbeischaut. Bei Yuki zockt, Danis Games World und Hightower SL. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Liebe Grüße da lasst und sehr gerne auch ein Abo. Und ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch. Habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.